Also die Runde, das dauert jetzt ungefähr, wir können starten. Die Runde dauert jetzt gerade so lange wie die erste, die erste Folge. Also ich habe die erste Folge, die 26 Minuten, jetzt habe ich gerade 28 Minuten drauf. Und es war nur das eine Spiel. Da habe ich 45 Minuten für das Spiel gebraucht. Aber okay. Ja. Danach würde ich mal sagen, wechseln wir mal die Runde durch, dann wechseln wir mal den Spielmodus mal. Ich würde das gerne mal durchspielen mit den 7 und 0. So. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh. Oh, no. Oh. 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 ja 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 geht schon wieder gut los hier so du hast bestimmt noch eine nein das noch nicht einmal andersrum ich bin heute mit der bot ja das hat lustig aber wenigstens mal konnte da der dankeschön ich darf auch manchmal gewinnen gut dann wechseln wir jetzt mal ein spiel modus kann ich auch mal kurz auf die letzte geht ja natürlich ihr könnt das spiel gerade verlassen kurz das wie gesagt lechse kurz im modus ich muss aufs klo rufen können ja alles gut ja ich darf nicht ohne karten ergebnislimit ach die kann ich gar nicht setzen, die muss ich freischalten erst ok ja dann mach's so so weil die beiden dabei sind können wir nämlich starten wuuh wuuh Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 quasi eingebaut war es glaube ich ich habe gerade noch eine andere einladung das ist jetzt nicht mein problem oder freund da oder so das ist ja mit einladen wenn man sogar zu fürcht ja aber die partie startet ja schon ja da habe ich jetzt zu spät gedrückt ja noch mal gleich wenn man da nichts passiert dann haben wir zumindest den bot raus kannst du ja schon mal die party mit einladen gleich einfach dann sobald ich hieraus mal hier durch sind so geht's los also okay der liegt dann automatisch okay dann ist das nicht ganz schnell noch wegen du hast doch ganz schön gedrückt okay ja es ist nämlich bei 7 tauschen mit dem beliebigen spieler und bei 0 geben sie gerade einmal weiter dass wir sie an dieses rolsteil mit diesen komischen hexenkessel berühmte teleport und die karte zieht vor die weise nie was passiert das kann passieren dass du auf einmal mit dem spieler tauschen musste ja wenn man ganz ganz viele karten hat das ist immer der reiz an der sache jetzt das ist immer der spieler das ist immer der spieler das ist jetzt das ist der reiz an der sache da reiter dem ding aber gut wie das jetzt weitergeht das ist mir egal weil Ja, ich hab allerdings nichts passendes, schade. Jetzt gibt es bloß 4. Natürlich. Wolle ich mich doch. Da muss ich mich auf das Bot tauschen. Ich weiß nicht, ob das ein Bot gewinnt. Beziehungsweise Baby, zweiter Spieler. Ja, sag ja hier, ne? Aber gleich geht das nicht mehr, wenn dein Kumpel dabei ist. Ja gut, jetzt hat Markus sie. Hat ja die sieben schon, hat die sieben gesagt. Natürlich hast du, natürlich hast du. Bist du tauschen? Das war ja klar. Ja, das wundert mich nicht, dass die das macht. Aber die hat das U noch nicht angesagt, deswegen ist sie raus damit. Äh. Na ja. Genau. Jetzt kriegst du nämlich die Plus 2 noch, dann schlafe. Plus 2. Ich will nur mal ein bisschen so um. Ja. Und dann schlafen wir mal ein bisschen so rum. Ja, was nehme ich denn, ich habe ja so viel Ausfall. Ja, vergiss es, Spieler. Ich habe Brot auf der Hand. Sie kriegen ja auch mal diesen KL-Pudding doch, ne? Der KI, nicht KL, KI. Könnte sich ein Ding nehmen. Aber wir haben ja gar nicht einen Kumpel dabei. Jetzt überlegt der Markus. Jetzt überlegt er möchte Stapel, ja. War mir klar, ich würde auf dem wenigsten gehen. Ja, ist klar, die tauscht er zurück. Und ich habe nichts für die Scheiße. Vorher privat der Ungell davor, da habe ich nichts gegen zu halten. Ich warte die ganze Zeit, dass ich auch noch was machen kann in die Richtung. Die Musik dazu macht mich besser, ne? Ja, auch die Musik finde ich ja. Die Musik höre ich gerade gar nicht. Hat sich gar nicht drauf. Die Musik 봤 da. Die Musik genau war nicht so, wie ich bereits habe. Die Musik liebend. Ich bin sofort der Leute, die Musik aus dem Menschen, der Hummung warnt. Ja, ich bin sofort gefällt. Die Musik aus dem Menschen, der Mannheim, die Musik aus dem Menschen, der Mannheim, der Mannheim, die Kräste und der Mannheim. Die Musik aus der Mannheim zu den Flecken der Mannheim. Die Musik aus dem Menschen, der Mannheim ist völlig��ig. Die Musik aus dem Menschen, der Mannheim, der Mannheim und der Mannheim zu leben. ich hätte gerne was anderes außer dass ich habe ich nur jetzt krieg mal was ich habe zwei farben auf der hand das ging gerade mit dem ziehen das gerade durch aussetzen dass ich auch mal so ein bisschen was setzen kann leck mich doch aber ich hatte du spielst doch so eine kacke weiß die karte nie sicher sein das spiel gewonnen zu haben egal wie das aussieht ja mir ist klar noch mal meine karten zurück verkehrt das war mir so klar ich wusste dass du da wieder ich hatte ja ja ich hatte auch noch was ich habe gerade gezogen das ist das problem die rache so gut die karten müssen wir klar schon gewesen dass du sowas spielst und Das ist so schön. ja so geht es mir auch immer ich kann das mal aufhören, ich werde es ziehen ich kann das mal aufhören, wir passieren ich kann das mal aufhören, ich kann das mal wieder sowas ich war wir küsse ich auf vier ich hab aber auch nichts in der richtung ich hab auch nichts in Ordnung ich hab auch nichts in Ordnung Das fiat? Ich hab nur so einen Mist, Alter. Ich spiel mal das mal so. Ich hab nur so einen Mist, Alter. Ich hab nur so einen Mist, Alter. Ich hab nur so einen Mist, Alter. so ich will mal so ich ja da f*** dich doch alter naja egal ja da kickt Markus eure Karten wieder zurück mit Karma ich nehme mal den Scheiß zurück oh die sind sogar besser ich habe ja nicht genug Karten auf der Hand das kann sich so schnell ich habe eine verdammte Zeit drauf und zwei Farben nur auch perfekt also wenn die so gut sein sollen Kniff dann gucke ich mir doch gerne mal an hau ab mit dem Scheiß weil dann ist ja auch nicht schlecht dafür darf mir die Baby mal keine Karte loswerden ich meine sie hat ja noch hier ein Bot also von daher ja alles gut ich habe ein paar ich höre die dich zuh ich habe ein paar dich du Das war's für heute. Ja, 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 nicht klar. Sag doch, jetzt fängt sie wieder an. Ja, ja, jetzt schiebst sie sich wieder hin und her, damit sie sich jetzt mal die Karten abbauen. So. Natürlich hat sie das. Natürlich hat sie sowas! Das kann es nicht sein! Natürlich hat sie so eine Karte noch! Ja, Glückwunsch! Baby hat's gewonnen! Okay, das war die einzige richtige Variante, weil sie noch eine Plus-4 auf der Hand hat. Hatte! Ja, das ist doch nicht fair, Alter, sowas! Ich könnte mal so ein Scheißspiel gewinnen, weißt du? Dann kommt ja sowas raus! Okay! Ich hätte nur gewinnen, aber sie hat natürlich noch eine Plus-4. Ja, was willst du denn, eine Anfechtung, ein Idiot? So ein schönes Spiel, obwohl ich einfach kaputt gemacht! Ich hätte das Ding gewinnen wollen! Aber natürlich hat sie doch irgendwie eine Plus-7 oder so! Ach ja, was ist das Ding hier? Ach ja, was ist das Ding hier? Ach ja! Dann machen wir weiter! Wissen da Chips?! Oh! Ja, das ist sehr unangenehm, in der Aufnahme! So, warte mal! Oh! Ach ja, das ist ja schon! hm Pfeifen 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 Du müsstest schon ausfielen, Käff Ja, ja Das hab ich nicht dran gedacht, ja Sorry Oh, natürlich Natürlich, ich weißt du Wird so schön nach Ja Nix gelbes Nix gelbes Hier, Markus hat bestimmt noch ne gelbe Karte Wenn ich die richtig im Kopf hab noch Und flex Äh Dann Fahre ich das Ding mal mit'n Bot aus Das ist dich Ja, der konnte der mit oder kacke noch Jetzt geht's doch schon wieder los hier Ja 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 Markus okay Ja Ja Von Ja 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 Aber er hat das eh nicht gesagt gehabt. Das bist du, Markus. Ich glaube, ich soll die Sonne aussetzen oder so. Natürlich. Natürlich. Boah, das ist bitter. Auf einmal die meisten Karten. Das war mir klar, dass das sowieso in die Richtung kommt. Mann, ist der Scheiß 7 da eben, ey. Das ist natürlich meine Karten. Ja. 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 ne. Ja. 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 ja ich hätte ich gerne bald die karte ich musste so leben ich will das nicht ich will das nicht WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay. geht schon so los es ist schon mann einmal zu ausprobieren gewesen ich finde den aber eigentlich ganz lustig ja jetzt ganz lustig aber so viel zu lange kommen wenn wir jetzt schon dran sind wie gesagt ich habe vorher wollten auch gleich noch wir wollten ja noch jemanden einladen ja wir spielen nachher hallo aber gut er geht in den ich nehme mal seine karten mit naja klar muss halt war in dem adri karten immer nur meine immer ich so Spielt das ganze Ding zu dritt weiter, kein Problem. Oder zu zweit, der Bot ist ja, Baby. Da bin ich für ziemlich sicher. Das kann nicht sein, das ist immer nur Zufall. Das ist kein Zufall mehr. Dann geht die geilste Scheiße hier noch. Ja, natürlich, und dann lässt er den Host aussetzen. Den Hornstern. Ach, katz dich mal. Ähm... Naja, das ist klar. Ich kann keine Karte sitzen. Spiel mal das ganze Ding mal. Oh, no. Oh, no. Lüno! Lüno! Da krieg ich dann aber zwei Stück drauf. Meine Scheiß, da habe ich kein Uno gesagt. Ja, ich kann kein Uno gehen. Ja, klar. Ich finde fair. Nein, die kotzen mich doch ran. Ich sitze im Hoster. Karte ziehen da. Gelb. Wunder. Vor allem er kriegt die wenigsten Karten, ärgert sich. ich habe die karten gesehen aber ich habe mich selber mit ich jetzt weitergemacht hätte baby weiß warum okay es gibt auch andere leute die mitspielen und wir haben noch jemand erwartet du hast bestimmt noch einen konter so Natürlich, aber gut, wer geht hier auf den? Hast du Glück gehabt, Markus, du hast euch keine Uhr mehr gesagt, ich habe zu spät gedrückt. Ja, eigentlich wollte ich drücken, normalerweise ging das immer, dass du erst die Karte spielst und dann noch drückst du. Ja, du musst erst drücken. Das Glück gehabt, ich habe es ein bisschen zu spät gecheckt. Ich wollte sie eigentlich anfechten, als ich das so lange gedacht habe. Ja, okay, das hat sich... Ja, sie denkt gerade mit ein bisschen. Das wird jetzt... Soll ich den? Ja, das ist so lange. Bruno? Bruno? Kann man auch was anderes ziehen, außer den Scheiß? So, jetzt. Das ist gut gespielt, ja. Ja, gut, gegen 2 hast du keine Chance mit ihr und dem Bot. Oh, warte! Ja, das war gut, aber... Ich hab dann halt jeder, glaub ich, haben wir jetzt gewonnen, ne? Mhm. Ich hab ja davor die Runde gewonnen. So, dann laden wir mal unseren Kollegen jetzt noch mit ein. Und dann kann man sofort in die nächste Runde starten.